ARD Text im Auftrag von Funk Wurde ich jetzt grad rausgedrückt Der Blob Teamate, setz die Blob-Taktik ein Teamate Blob, ja Sehr effektiv Auf jeden Fall Hallo Jemand geht auf meine Prosis Oh Gott, alter Mörser Erstmal instant Hast vier Servicen, das ist der Fall 70 Kriegt mich jemand, ne oder? Die pushen schon unten richtig brutal rein Aber ich kriegt einer, oder? Boah, ist das ein Ungenuss Boah, wenn ich mal treffen würde, ne? Unfassbar Links kommen auch welche Ich glaub pusht einer schon nach B durch Ah ne, er pusht nicht durch Er versucht uns zu farmen von hinten Mit seinem Aim wahrscheinlich Oh, nein, 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 nein Er war eben hinter mir Peaked, beim MG oben links Easy Kein Team braucht C Das ist was für Noobs Nein! Da war... Wo kann der irgendwie C? Warum die alle da hochklettern? Diese Gott-Automatico hier Das ist der Kacke! Ich hab ihn geneift Der hat mich so perfekt gesidestept Ja, mich auch Aber er hat auch nichts getroffen Ich glaub, niemand bei hinten rechts Wir müssen nur bei B Einige Ja Hat er probiert zu halten Und die sind irgendwie alle Besond Oh, der Flammenwerfer ist gespawnt Vorbeigeportet oder sowas Ich guck mal wie viele Retor, SVK, you can do it Rev me Unser Flammenwerfer ist gleich tot Da ist er tot 88er Hab sie alle Einfach ein 88er-Hit, ey Gott, hab den Jakob Das sind viele 89er-Hit Habt ihr die jetzt auf B alle? Ungefähr? Ja, da sind glaub ich auch noch einige nach A durchgerannt Aber ich bin mir nicht sicher Das werden wir sehen, wenn's blinkt Nein, nur so viele Ja, es blinkt Jetzt blinken Oh! Oh mein Gott! Diese 80er-Hitgun Hinter dir, Junde Ja Am Boden jetzt länger WTF, ey Der guckt dich an Und tritt sich einfach 180 um Und kippt mir Guck dir hinterher Cool So Wo sind die denn? Ah, hier hinten Im Bunker sind auch noch Wörfe Ja Der eine Aber die kommen jetzt wieder Der hat nen Shotgun Und wieder B Geile Runde Jetzt Hinher 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 Ja, ne 490er-Hits Hab ich bis jetzt gemacht Ich hab auch nen 96er gemacht Da ist einer drinnen Der linksste Support jetzt Der hat nen 96er-Hit Der? Noch einer irgendwo? Der Support ist da und der andere ist auch da Da pushen sie schon wieder rechts Ja, links auch Und die pushen eh um Mitte Der holt mich vor nen Hit Mhm Hatte wieder nen 90er-Hit War das der? Ja Ganz außen rechts Ganz nach einer Ne Ja, hab den Ey da ist unser Bodypile Auf der Flagge Auf C WTF Fuck A-Game Holy shit Aber das Sidestep-Game Von den Gegner ist irgendwie On-Coin grad das Game Ja, ich konnte grad ne Zehn Zentimeter hohe Wow, Killfeeds Ich glaub ich hab alle auf der Brücke Ich glaub ich hab alle auf der Brücke Ist wie äh Auch so kurz vom Ragequit Ist wie äh Also kurz vom Ragequit Äh Ich hab alle viel flangen Run Wo? 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 Noch, hier rechts pushen sie's bei mir Ich pups ne Hilfe Ja, wir kommen von hinten Ich hab einen Und das war's Ja, ok Toll Toll Kann auch schon einer durchgerannt sein Aber ich hab keinen gesehen Ich hab den einen Der durchgerannt ist Und dann Wo ist frei Wie ne Shotgun Ne Hinter uns Ja Boah, die Gegner sind heute Sidestep-Kings Auf mich Ja Ja, einfach Shotgun Und der B Lass sein Haben mich Absicht Ich war zu schnell wieder down Vier Nades Bin down Ich liebe es wenn einfach vier Nades hoch einfliegen Ist so spaßig Ist ja gut gemacht Holt mich halt wieder frascht hinter dir Muss man rechts Spawnen die hier? No Nein, die spawnen weiter hinten Aber ich, ich heil nicht wo die, die ganze Zeit herkommen Wir würden hier spawnen Ich mein Ich, die kam jetzt so, als würden die einfach spawnen Die haben nur Support Ähm, nur Pio Das ist richtig asozial Oh mein Gott Im Gegenteam spielt niemand was anderes wie Pio Doch, da ist ein Support Fuck Links oben, links oben Man kann sich halt nicht selber werfen Irgendjemand mit einem LZ Ja, wenn irgendjemand anderes daneben steht Das kann vergessen Was zur Hölle? Von wo? Links oben Links oben ist ein Brad & Mercy Ja, aber das ist nicht die, die auf mich schießt Ah, da war ne Shotgun Noch weiter links oben Okay Wie denn Leute da sind einfach nicht Die pushen jetzt wieder durch Der ist einfach, ohne zu gucken, einfach durchgerannt Ist einfach durchgerannt Ja Ja Zehn Leute Rechtsaußen pushen jetzt zehn Raus Ich hab drei von zehn Drei hab ich Noch einen Mitte kommt doch gleich wieder Habe ich Gas hingeworfen Habe ich Gas hingeworfen Das ist so, als Wir rennen eh nur mit Gasmaske rum Da kommen einige hier unter Mein Leiche fliegt natürlich sonst wo hin Gott, fahren die alle scheiße Oh mein Gott Oh ja, sind die echt Alle Alle bad Ja Mir drückt der halt wieder Dun & Daugnis Der wurde oben Piekt Oh mein Gott Die wurden da im Ernst gesäfft Ja Und ich hab nachgeladen Geil Der Automatiko train Vier Fünf Leute Unten rechts Ja Der eine Malik rennt nur rum Nicht vorfuschen, Juli Nicht vorfuschen Oh Gott sind da viele Ja Durch die Anti-Tank-Nade Ach du Scheiße Hättest auch gerne reinfuschen können Habe ich Warum nimmt man auf der Map die Anti-Tank Also die Anti-Tank-Nade mit Warum nicht? Zivil Anti-Rocket Gun Die Map finde ich Was ist denn ein Nade? Hinter euch noch Und hier bei Frag irgendwie? Hm? Frag wird sich doch viel mehr lehnen Ja die hat er wahrscheinlich nur geworfen Das macht keinen Unterschied Nein nicht die Nicht die Heavy Anti-Tank-Light Die Leichte Ist egal am Ende Mich jemand Oh ist ne Schottenhand auf links Ja ich komm ich komm Diese Schotten hat eine One-Head-Range Why Was zum Kick? LOL der hat mich nicht Kappa LOL wir hatten die zwischendurch mal kurz Also wir haben es uncapped zumindest Hatten es uncapped Ja wenn rechts 20 Leute pushen Dann können links ja wohl kann man auch noch 20 pushen Bei den Gegnern geht das irgendwie immer Ich weiß auch nicht Oh lol Der pusht dann nicht in den Gang rein Ja der pusht dann wieder bei mir Ist ne dumme Idee Ja 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 Der fuck wie wird der mit Medic irgendjemand Mamed Sollten einfach alle rechts gehen Hinter dir was Sollt der wohl nur hier campen Und die Flaggen halten Wollt ihr nichts Was ja kack meine Ahnung dazu kam Ja wir sollten zu 5 rechts halten Unser Team hält ja den Ratsch Bloß rechts kommen immer so viele Leute Und ist kein teammate Jetzt gehts los guys Ah ich fuhr fuhr steh zum Bunker durch Und da liegt ein 2 bei dem B auf dem Und hier steht Noll ich kann dem Keinen Schaden machen Dem Möse Legit Woll mal auf die Der gespottete Links ist ein Farbenmg Jeden 8 Jeden 8 Der hat schon Nein Wollte ich laufen noch in sie rein Der ist nein Ich wollte was der von der Stelle abaimt Ach Komme Komme Hat der euch glätzt will Ja Da Da aim Einige Oh my god Ich hab einen meiner revives gefehlt Weiße Okay Das hat aber noch gepasst Ich cap Oh nein da liegt ja einer in der Ecke Ja ich Ich wusste es auch nicht Ich hab nicht gesehen Oh god Ich muss hier irgendwie näher rankommen Und tief haben Ich hab mein Leben ja Ich komm halt nicht so weit nach hinten Und ich Ja ja Bleib in deiner Nähe Der snipet seelenruhig Mit seinem 2 bei Was ist das Fuck Junge Wo Bunker hier Bunker ja Ne ich cap noch zu Ende Bevor ich den pusher Lauf Hahahaha Halt weg Gott Die ganzen Nades Nicht weg wenn ihr charged Fuck Irgendwie ihre Flurige gecapt wurde Oh god Da sind rechts von euch Übers viele Leute Auf dir Äh Basti dreht Ne dreht sie nicht um Spawn ich hier rein Ah Danke Sind 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 Ich hab einen Hab einen Habt Loil der Typ Einfach Falsche Richtung Da kommt welche Fuck Pusht Ah Ich bin grad gestorben Warte Iiiiit Iiiiis Du liegst ne Holzbox drin ne So jetzt Oh mein Gott Was ist hier Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Sind hier viele Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott So dumm Kommen wir gleich noch einer Einfach schonmal pre Presweepern Guck die Spritze angerannt Ich muss auch Kit tauschen Oh das ist leer hier Hier Die Flamme ist von mir Hier auf dem Boden Das ist wahrscheinlich Da ist halt noch Armut drinne Das ist leer Die haben ein bisschen hart gespamt Fuck Jetzt haben die Zuge Nein das ist bei B Das wird nicht gut Keiner ist auf der Flagge zum Cap Muss aber mal bei Caps gehen Ja Geh zurück Oh Gott vor mir Nein Nein Oh er hat ja Die Chef schon ganz immer Wir haben gleich auch noch B und C Und das finde ich jetzt uncool Hallo Bin ich zweimal einfach an nichts hängen geblieben Wollen wir vielleicht rechts zu hier Pasti Weiß nicht Ich glaub das ist einfach nicht Einfach recht zu sein Weil unsere Brücke durchpushen Und dann schießt der Zug wahrscheinlich auch auf einen Und wir gehen ja nach A und nicht nach B Sollte schon okay sein Ich denke wir sollten erst zu B Ich denke wir sollten erst zu B Sicher Wir verlieren B schon Oh mein Gott Achso Shotgun 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 Die Nails Ich komme Hab die draußen gepusht Hinter mir im Eck Irgendwo rechts Ich hab den A wieder Ich hab den A wieder Ich bin der Juli Der läuft einfach am Weg Wo kann der her? Der stand einfach da und hat da gecampt Er läuft einfach mit Er war ich gespawnt Könnte ja hin Ich würde aber erklären warum er durch zwei Revolverkugeln auf die Range gestorben ist Ja Mit deinem Elecateum ist so hart Shotgun Mit meinem Body direkt Alles Ich hab ihn Wow Zug mäßert hier Boah die Hunde ist jetzt einfach richtig abgefuckt seit der Zug da ist Oh lol Der kann hier direkt rein aimen Einfach nur Okay er fährt weg Der Zug da Ja wo sind die denn? Ich hab den geholt damit Ich lag grad ein bisschen Deswegen hab ich ihn irgendwie gebackt Boah leg das aber grad grad ein bisschen Weil ich hab ja eigentlich keinen Halbfinger Ne Hatte kein Glück Auch nicht Hiffel den A Ja Das ist irgendwie schnell Und die Mäts rennen da nicht hin Und die Mäts rennen da nicht hin Laut mal Frederik Also A und B sollten wir schon halten Links Frederik Natürlich Natürlich Ja Und vier Leute Hat seine ganze Automatik so verschossen Und dahinter Okay Warte mich jetzt noch so ein bisschen outplay Er legt sich halt hin und gibt mir noch Holy shit Er legt sich halt hin und gibt mir noch Holy shit Ne der Nummer 3 ist auch ziemlich gut der Revolver Somit Somit Shotgun Das das Achso achso Bei dir ich dachte ja gerade bei dem Sniper aber Nein Kontrollvergessen Pfff Überall einfach geklaut Sorry Frederik Was Just being a fail Ja Also Also So wieder aus dem Nichts Ja Rechts dann holst du hier rein Na ich geh mal rechts rein Pushen Oh Gott ne kann ich nicht pushen Natürlich ein Shotgun Nur Shotguns ey Ja Deadman Trigger Ufff Okay Wie kann man meinen Schuss zu so einer Zeit zählen Gerät nie Ich glaub nichts anderes hat mich geholt bis jetzt die Runde Was Außer vielleicht eine Automatik woma Außer Shotguns meinste Ja Ja ist gerade echt extrem Ich mach mit Wieder außen vor Arten Ja Oh ne gar nicht mehr Oh Gott dass das One-Hit ist Was Der Typ hier Auch den hier Oder hatte der Low Ne Da ist ein Der hat Der hat kein Leben mehr gehabt Naja der hatte nur Dich mit allen holen können Da ist die Da ist die Die Können Der wird Der hat Der hat Dich Der hat Der hat der Der hat Ich hab kein Problem halt irgendwie bei den Backcaps rumzuhalten, na doch, okay Fuck alter Oh lol Da ist n links noch und noch einer, fuck Hinter dir jetzt, hinter dir Ein Livedy noch, what the fuck Ist da halt echt gespawnt, auch von meinen Augen Dann halt erstmal nur, die erste Kugel, die von ihm geschossen hat halt echt 5 Schaden gemacht Holy shit Hätt ich wohl nicht 5 Schaden gemacht, f*** Jakob, verfolg ihn Jakob, nimm Verfolgung auf Ne, neben mir Vielleicht einer um den Hund rum Der ist tot Der ist aber da Oh mein Gott Nein Er hat natürlich die Hellwegel Tim immer noch Hm Bei Leute, ey Und Buddy noch ein paar, glaub' er Äh, ein paar So ein, zwei Und Töp'n, Töp'n, Töp'n Und Töp'n, Töp'n So ein, zwei Ich hat das aber Glück Ja айтесь Ja Ach, Moot ist Die Richtung muss ich rennen Jetzt machen wir natürlich durch das Ding der Schaden Wir verlieren alle unsere Backheads Ist eh vorbei Und die AT-Rocket gun Da ist noch eine gespawren, noch eine mit der AT-Rocket gun Und eine automatische Storm in Kombination mit einer Shotgun hat mich getötet Alter das fühlte sich ja mal krank an Haha Insta-Rap Ja das war halt wirklich die Menge an Kugeln und Hitmarkern die ich bekommen hab halt einfach Wow Hörte es sich an als hätte einer Minigun alles getroffen auf mich Gute alte Minigun Ja Was für schöne Zahlen Hm Zahlen Mason Ja man, hab Juli sogar noch überholt Aber jetzt passen mal halb so viele Kills wie Juli Aber naja Passt Peace 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 Me suspense W Vielen Dank.